Um Gottes Wille, stimmt das Heimat, weil das stimmt, geht ihr selber, geht ihr euren Ideen, wenn ihr das Heimat stimmt. Also Herr Bausch, was ist denn? Ich kann nicht, Herr Bausch, ich habe es vorgestellt. Ja, aber Herr Bausch, der Karas, ich gebe erst einmal, dass wir den Herr Bausch adressiert, sich lohnt, zu kümmern, und Schamber. Und Herr Giberian möchte das so, wie man das gewinnt, Sie werden das so in der Friedenssicht wird. Ich wollte Herrn Bausch vor, ob ein Rapport von der Kommission gelesen wird, wo der Klo dran steht, dass das viel, das hieß, für den Traum zu machen, aber nicht wie etwas Ähnliches. Und da wurde ich Herrn Bausch froh, wie er gemeint hat, ob ich, wenn den Traum ein Gewalt geben kann, dann du dabei bist. Nein, nein, du kannst protestieren, da habe ich gemeint. Du kannst protestieren, da kann ich dabei sein, und da ist es, was 1-2 von ihnen erschiebt. Ja, Gott sei Dank. Bei der Notstrasse von dir, der geht demonstriert, und du hast ja nur Gewalt. Das ist richtig, das ist richtig.